der einbürgerungstest auch das leben in deutschland und wie werden die regierungschefs regierungschefinnen der meisten bundesländer in deutschland genannt A. Erster Ministerin B. Premier Ministerin C. Senatorin D. Minister Presidentin Das ist sehr einfach, wenn es die Regierungschef ist. Wie werden sie azt Cornell in die Regierungschef Bevor duano Fest... Wie werden wir noch fassen? Komprinform brachten, als man eine Kurzweich gesteht ist in der mama gesehen wie sie verkorta die Regierungschef der Bundesregierung Regierungschef bedeutet Regierungschef an allegiance Chef Das wor gauche nach words Chef 아hef ist die Person die eine R� Turbo R莉 reisi wanna das Die Regierungschefinnen Der Meisten der Bundesländer Bundesländer der Bundesländer Ohhh, in Deutschland Wie ist der Regierungschefin? Wie ist das Regierungschefin? Wir haben 16 Regierungschefin in Deutschland und das Regierungschefin so wie ist der Regierungschefin? In Berlin Was wird die Verlangen im Börlangen? Die Verlangen im Börlangen sind eine hückel und sie die Karte im Börlangen. Die Housemülleren und die Nachrichtlinie sind im Börlangen. Und die Karte im Börlangen aus dem Börlangen in den ganzen Börlangen sind die Karte aufgeben, die in den ganzen Börlangen sind. Was ist das, was er in allen Börlangen ist? Das ist ein Börlangen. Er ist auch die Wahrheit, dass bei allen Flüchtlingen eine gewissemögliche sind. Er regnet sich für die Regierung als Rئyeß für diese Krise. Wie seht 바로 die Übersetzung des Universitats? Also, die erste Minister證en. Also, das ist der radiator, der die Regierung der Reform oder die erste Ministerin wird. Und nicht so. Premier Minister oder Premier Minister. Premier ist die erste. Der Präsidentese Präsidenten der Präsidenten des meatballs المركzischen Ländern. Der Präsidenten ist das Premier Ministeren. Der Präsidenten ist der Präsidenten. Also wenn wir auch die Präsidenten haben. also wir wollen die Europäische Stimme in jeder Gesellschaft gelaufen. Natürlich gibt es auch viele Millionen. Also ist die Regierung im Bundeskanzler in Berlin. Das heißt, das ist die zweite Frage, dass wir die Wundern über die Wundern im Regierungspräsidenten haben. Zeynato, also Senator, im Regierungspräsidenten im Regierungspräsidenten, Zeynato oder Zeynatorin, Senator oder Senatora. So heißt es, wie ist es ein Regierungspräsident? Nein, nicht in Regierungspräsidenten. Was ist die Möglichkeit, wenn wir die Wundern im Regierungspräsidenten haben? Minister, Minister, Präsident. Minister McDonalds Rئيس الوزراء أو Minister Presidentin رئيس الوزراء مذكر أو مؤنس يمكن أن يكون رجل أو إمرأة رئيس الوزراء رئيس الوزراء مين؟ المقاطعات المقاطعات وهذا هو بكل بساطة السؤال إذن رئيس الحكومة في المقاطعات في ألمانيا يسمى Minister President أو Minister Presidentin تحفظوها هذا هو الجواب الصحيح بكل بساطة طبعا كالعادة أذكركم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وإلى اللقاء في السؤال القادم